Marktmonitor Future Mobility präsentiert von Dataman. Der Fahrzeugmarkt ist im Wandel und es ist wichtiger denn je, den Überblick zu behalten. Wir bieten für alle Händler den Marktmonitor Future Mobility. Mit aktuellen Marktforschungsdaten und mobile.de Nachfragedaten zu den verschiedenen Antriebsformen. Gut sortiert mit kurzen Texten. Außerdem Neuzulassungen und mobile.de Angebotsdaten. Das ist besonders interessant. Neuzulassungen von heute sind die Gebrauchtwageninserate von morgen. Hier noch die Top 15 der beliebtesten Elektrofahrzeuge. Die Hitparade. Auch hier Neuzulassungen und Inseratsaufrufe im Vergleich. Und viele weitere Inhalte zum Thema Mobilität der Zukunft. Mit dem richtigen Überblick sind Veränderungen Chancen.